Ich sehe oft viele Angler, die machen ganz schwerwiegende Fütterungsfehler mit dem Flatkorb. Wie man es nicht macht und schließlich behebt, das zeige ich euch in diesem Filmchen. Zum Schluss gibt es wieder einen Bonus-Tipp. Bleibt dran! Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei MS Friedwischen TV. Für alle neue Gesichter, mein Name ist Michael Schlögel und meine Passion ist seit über 50 Jahren modernes Friedwischangeln pur. Wer gerne mehr solche Videos sehen möchte, der kann gerne meinen Kanal gratis abonnieren und ist immer up to date. Method Feeder Fischen selektiert große Fische und ist in ganz bestimmten Situationen unschlagbar. Methode heißt in kurzen Worten, es ist wie es der Name bereits aussagt, eine Methode, die nur im Stillwasser greift. Der Fisch sieht und riecht den gefüllten Futterkorb und schwimmt auf ihn zu. Im Zentrum des Futterberges liegt die perfekte Köderpräsentation, nämlich der attraktive Hakenköder mit dem 10 cm kurzen Vorfach drauf. Der Fisch wird auf den Hakenköder unwiderstehlich aufmerksam, saugt ihn ein und prompt schnappt die Methode-Falle zu. Der Fisch hat sich durch das kurze 10 cm Vorfach, das Bleigewicht sowie die leicht spannende Fiederspitze selbst gehakt. Um diesen Effekt mit der Köderpräsentation zu erzielen, muss man sich jedoch an ganz bestimmte Regeln halten. Hier in diesem Themenblock geht es um vier Fehler zum Thema rund um das Futter, welche ich häufig am Wasser bei Anglern sehe und wie man sie behebt. Fehler 1. Thema Geräusch beim Auftreffen auf die Wasseroberfläche. Platschgeräusch schlecht, Steingeräusch top. Man muss mit dem gefüllten Flatkorb ein hartes Geräusch beim Auftreffen auf der Wasseroberfläche erzielen, sodass die gesamte Futtermenge 100% auf den Boden transportiert wird. Ist das nicht der Fall, so ist die Köderpräsentation mit dem Hakenköder im Futterberg nicht mehr gegeben. Das vermindert definitiv den Fressreiz und du bekommst dadurch viel, viel weniger Bisse. Vor allem bei schwierigen Angelbedingungen. Das gilt vor allem in Gewässern ab 3 Meter Wassertie. Ein fehlerhaftes Platschgeräusch entsteht, wenn zuerst das Futter statt das Bleigewicht auf die Wasseroberfläche trifft. Ein großer Teil des Futters zerbricht und kommt nicht mehr kompakt zum Gewässergrund runter. Ihr müsst euch das so vorstellen. In der Flugplatte ist die Bleiplatte nach oben gerichtet. Das Futter demnach unten. Erst wenn man in den Schnurclip wirft, dreht sich der Korb um die eigene Achse herum und die Bleiplatte trifft vorbildlich zuerst auf die Wasseroberfläche. Die Bleiplatte oder der Korb nimmt Schutzfunktion ein. Das Futter wird im Fahrstuhl sicher von oben nach unten transportiert und explodiert auf dem Grund. Oft kann es auch am eigenen Wurfstil liegen. Ich empfehle bei Method Fiedern einen höheren Abwurfwinkel, so wie eine Parabel 45 Grad zu praktizieren. Und das Wichtigste ist, immer in den Schnurclip werfen, sodass der Korb noch genügend Zeit hat, sich zu drehen und die Schutzfunktion mit der Bleiplatte unten aufnehmen kann. Man bekommt es mit einem Steingeräusch bestätigt, dass man es korrekt ausgeübt hat. Bei einem Splash- oder Platschgeräusch kurbel ich einfach wieder ein und versuche es erneut, bis es klappt. Wenn es jedoch nicht klappen sollte, dann kommen wir zu Tipp Nummer 2, das Futter fester drücken. Nachdem ich es aus der Mulde herausgepresst habe, drücke ich es zusätzlich nochmal nach, wenn ich zuvor merke, dass es ohne zusätzlichen Druck nicht funktioniert. Nun kommen wir bereits zu Fehler Nummer 3, der oft gemacht wird. Die Experimentierfreudigkeit des Anglers. Man muss sein Futter kennen und Vertrauen mit der Zeit aufbauen. Das heißt, ich weiß erst nach etlichen Sessions genau, wie die Konsistenz des Futters ist, sodass man es 100% auf den Grund bekommt und dass es sich dann sofort auf dem Gewässerboden auflöst. Bei wechselnden Mixen, bei neuen Mixen wissen die Angler, die sind ja sehr experimentierfreudig, ganz klar, aber man wird nicht Herr der Lage. Man wird durch ständig neuere, bessere Futtersorten, die angeboten werden, leicht verleitet, wieder was Neues auszuprobieren. Danach ist man aber oft nicht schlauer. Erst wenn ihr euren Futtermix nach etlichen Sessions richtig kennt, wisst ihr auch damit umzugehen und habt demnach auch mehr Erfolge. Und schon sind wir bei Punkt 4 angelangt. Bei tiefen Gewässern ab 6 Meter, wo man ohne Probleme auch mit einem 15-Gramm-Korb auf kurze Distanz hinwerfen kann, benutze ich oft einen doppelt- oder sogar dreifachen schweren Korb. Der Nachteil ist natürlich das lautere Geräusch. Dies ist für mich aber oft zweitrangig in den tiefen Seen. Oft reagieren die Fische sogar positiv bei dem lauten Geräusch, gerade in den Sommermonaten. Aber das Wichtigste hierbei ist das Futter, dass das schnell und sicher runtertransportiert wird. Und nun zum Bonus-Tipp. In der Wasserschüssel seht ihr, wie schnell das Futter auseinander geht. Stoppt die Zeit des Auflöseverhaltens und ihr bekommt bessere Erkenntnisse. Mich würde interessieren, ob ihr noch entscheidende Fehler, die beim Füttern gemacht werden, kennt. Mit Sicherheit habe ich bestimmt was vergessen. Wenn ja, so lasst es mich unten in der Kommentarleiste einfach wissen. Ich hoffe, mein Beitrag hat euch gefallen. Wenn ja, so könnt ihr mir gerne wieder mal ein Like spendieren. Und ich sage mal wieder Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Film. Euer Emil.